Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von TV Schwerin und MV1 und aller anderen europäischen Rundfunkstationen. Hier ist wieder euer Bauer Call mit beliebter Sendereihe Welche Hilfestellung kann die ländliche Region bei der Lösung der aktuellen gesellschaftlichen Probleme geben? Ich habe das hier mal aufgezeichnet. Hier im ländlichen Bereich, wo wir Platz haben, da geht es mal um die Frage, wie ist das denn nun, wenn ein Mensch vom anderen durch die Stadt gejagt wird? Bei welcher Länge ist es noch eine Rüpelei oder wo fängt die Hetzjagd an? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, die heutzutage in unserer Gesellschaft geklärt werden muss. Weil allein auf den Standpunkt, dass man es gar nicht macht, also egal wie lang die Jagd ist, darauf können wir uns im Moment nicht einigen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir hatten ja schon mal so eine Rede von der Mutter aller Kriege. Jetzt hat der Horst die, der Seehofer, hat gesagt, die Mutter aller Probleme, das wäre die Migration. Danke Horst. Und ich muss euch sagen, die Mutter aller Probleme auf dieser Welt oder die Mutter von dem Wahnsinn auf dieser Welt, das sind die Menschen. Und übrigens, da glaube ich, dass solche zurückgebliebenen, benachteiligten, minderbemittelten wie ich, gar nicht so sehr die Gefährlichen sind. Die Gefährlichen sind eher die, die sich tarnen mit Nadelstreifen und Schlips. Und da müssen wir in Zukunft mal genauer hingucken. Liebe Freunde im Land, wir brauchen bessere Eliten. Aber auf mir hört ja keiner. Hau rin und piesch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.